Beim Kampf gegen sich selbst kommt es darauf an, Disziplin zu bewahren. Also dann, Mädchen, ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass ihr euch verwandelt und bereit macht, einem ausgesprochen würdigen Gegner gegenüber zu treten. Magische Wings! Charmix! Blue, wie der Drachenklamme! Wunderlich stark, Herr, da geht es nicht. Du bist grünen Tag, hattest jeden Tag, und seh, wo ist es nochmal? Und meine Namen, es ist über dir wahr. Stella, wie der Sonne und das Mondland! Du bist grünen Tag, hattest jeden Tag, und seh, wo ist es nochmal? User, wie der Musik! Das ist deine Welt, du möchtest nicht vor nichts. Märchenhafte Kräfte, die der Technologie! Und eine Star, Herr, da geht es nicht. Wenn ihr es mit Lord Darkar aufnehmen wollt, befürchte ich, dass ihr noch sehr viel besser werden müsst. Blumen, du gibst das Zeichen! Okay, Mädels, macht euch bereit, auf die Position! Ah, ah! Ah, ah!